so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von einfach wissen heute soll es um das thema zirkus ronkalli gehen und ihr habt sicherlich alle mitbekommen das thema was zur zeit super viral geht der zirkus ronkalli setzt als erster zirkus auf hologramme bzw videoprojektionen und will damit natürlich die echten tiere aus den zirkus verbannen und damit quasi auf eine neue form von zirkus setzen das ganze hat ja für große diskussionen gesorgt viele meinungen zu diesen themen und ich wollte damit einfach mal über euch sprechen aber euch auch ein paar bilder zeigen ich finde es ist ein super spannendes thema super interessantes thema worüber man auch reden und streiten darf und diskutieren darf und wollte einfach meine meinung dazu sagen weil ich habe jetzt so viel gelesen und habe dann zum beispiel den punkt gelesen dass viele ist sogar als negativ empfinden wenn man auf so eine hologramm technik setzt weil man damit im prinzip suggeriert dass tiere immer noch zu stoppen dass damit tiere immer noch zur schau gestellt werden und tiere quasi in eine gewisse ecke gedrängt werden wo immer noch gesagt wird ihr müsst jetzt irgendwie keine ahnung lustig sein oder ihr müsst uns menschen irgendwas bieten ihr seid zu unterhaltungszwecken hier und ich sage wirklich das absolute gegenteil also ich finde diese idee absolut genial und und da auch als zirkus als vorreiter voranzugehen und zu sagen wir ziehen das jetzt wirklich einfach durch also die technik war sicherlich auch nicht billig ist es ja auch nicht so klar das ist auch nicht so als ob der zirkus total wenig verdienen würde aber man hätte auch einfach sagen können wir setzen weiterhin auf tiere aber man geht da so ein bisschen mit dem puls der zeit und ist auch vielleicht ein vorreiter und ich hoffe wirklich dass sich das durchsetzt weil ich glaube die wenigsten von uns sagen doch wir wollen jetzt irgendwie dass irgendwelche tiere schlecht gehalten werden oder irgendwie unter unter unwürdigen bedingungen irgendwo leben müssen klar es gibt immer noch zu ist das ist auch ein großer streitpunkt möchte ich gar nicht meine meinung zu äußern oder so und es gibt immer noch massentierhaltung für fleisch oder für produkte aus milch zum beispiel also darüber kann man ja auch streiten aber ich finde es wichtig dass man an vielen stellen einfach ansetzt und sagt hey niemand also ich glaube dass niemand irgendwie morgens aufsteht und sagt ich möchte dass ein tier gefällt wird und ich möchte dass ein tier unwürdig lebt und wenn ich dann doch sagen kann hier kann ich ansetzen hier kann ich sagen hey videoprojektion sieht doch richtig genial aus also wenn ich das im video gesehen habe fand ich das fand ich ultra geil so und ich glaube dass ja auch also die wenigsten wenn man darüber nachdenkt und und einfach darüber nachdenkt wie das früher im zirkus war dann ist irgendwie ein löwe durch den reifen gesprungen und das nur weil er 20 jahre ausgepeitscht worden ist und alle haben geklatscht so also im nachhinein ich möchte leuten keine vor machen die in den zirkus gegangen sind wo tiere auch zuschauer gestellt worden sind aber im nachgang muss man einfach sagen das kann man ja dann auch nicht so cool finden und ich finde wenn man dann so eine alternative hat ja wo einem immer noch was geboten wird und vielleicht auch kinder und jugendlichen immer noch den den zugang dazu gewährt wird dass sie vielleicht tiere oder ein interesse an der natur entwickeln und an tieren und das tier dafür nicht irgendwie unwürdig gehalten worden ist dann ist das doch absolut genial so weil ich finde dass das interesse ein tier zu sehen natürlich ist es dann nicht echt darüber kann man jetzt auch wieder streiten ob ob das dann überhaupt reicht aber wenn man doch so ein tier sehen kann und es sieht ja relativ real aus und die bewegungsabläufe und so dann ist das doch ultra spannend und wie gesagt ich finde es ein wirklich gutes projekt schreibt immer in die kommentare was ihr davon haltet oder ob ihr es positiv oder negativ findet ich finde es absolut genial hoffe dass sie da als vorreiter vorangehen und sich da viele zoos vielleicht zoos sage ich schon viele zirkuse davon was abgucken ja ansonsten schreibt wirklich mal eure meinung in die kommentare schreibt wie euch das gefällt oder ob ihr das vielleicht total kacke findet oder was ihr davon haltet ansonsten sage ich bis zur nächsten folge und ciao bis zum nächsten Mal